Es regnet den ganzen Tag, doch dann kommt unerwarteterweise die Sonne doch nochmal raus und man wünscht sich nichts anderes außer raus zu gehen, Sonne genießen und auf die Lounge zu legen. Die Lösung heißt Quick-Dry-Foam-Schaumstoff und die zeige ich euch jetzt. Wir haben euch hier zwei verschiedene Schaumstoffe mitgebracht. Einmal der ganz normale Standard-Schaumstoff und hier haben wir unseren Quick-Dry-Foam-Schaumstoff. Drei essentielle Vorteile. Das eine ist, dass er natürlich wasserdurchlässig ist, dadurch trocknet er viel schneller. Der zweite Grund ist, dass der Schaumstoff auch luftdurchlässig ist. Der letzte Vorteil davon ist, es lässt sich auch viel, viel besser lagern. Dann kommen wir mal zu unserem Wassertest und wir fangen hier mit dem ganz normalen Schaumstoff einmal an. Und wenn ich jetzt drüber kippe, sieht man schon, dass das abperlt. Der sammelt jetzt hier das ganze Wasser und jetzt zieht das in den Schwamm ein. Dadurch dauert es halt auch viel, viel länger, ehe der ganze Schaumstoff trocken ist. Und jetzt zeige ich euch mal den Vergleich zum Quick-Dry-Foam-Schaumstoff. Seht ihr das, wie das hier einfach nur durchläuft? Ja, das ist schon wieder fast trocken.